Ey, pass mal auf, wenn ich dich heilen kann, gibst du mir 20 Euro und wenn ich dich nicht heilen kann, gebe ich dir 100 Euro. Hm, okay, ja, klingt fair, ja gut. Ich kann nichts schmecken, schon immer nicht. Versuch mich mal zu heilen. Ah, ja, das kenne ich das Problem, das hatte der vor dir auch. Trink das. Okay. Junge, ist das Pisse, Alter? Geschmack geheilt, das macht dann 20 Euro. Oh, okay, in Ordnung. Also, ich habe Gedächtnisverlust schon immer gehabt. Versuch das mal zu heilen. Ah, ja, das kenne ich. Trink das. Was? Nein, Alter, das ist die Pisse. Als ob ich das jetzt nochmal... Gedächtnis auch geheilt. Das macht dann mal wieder 20 Euro. Dammit, ich bin blind. Versuch mich zu heilen. Shit, das kann ich tatsächlich nicht heilen. Dann hier einmal 100 Euro für dich. Alter, das sind nur 5 Euro.